Oder um diese Uhrzeit. Ja, die Rüstung ist da. Ach, ich hab nur so wenig Geld. Ich dachte, ich hätte mehr. Okay. Ob ich jetzt Geld verloren oder so durch den Kampf? Hm. Aber dann... Die Taktik war gar nicht so blöd. Aber ich glaub, ich setz mal... ...am Ende die... ...das Monster-Team ein. Erneute Runde. Ah, falsch. So. Hier. Gar nicht so viel. Einfach Monster-Team einsetzen ist das Beste. Ich krieg mir den nur am schlausten im Besicht. Konzentration zu klauen ist eigentlich ne gute Sache, aber... ...das rettet uns manchmal mal eine Runde. In der Zeit könnten wir uns stärken und so ein Quatsch. Was war hier richtig? Definitiv nicht. Frag mich, stellt man am schlausten an. Stärken auf jeden Fall alles durch. Ich lasse dich Cengiz konzentrieren und Flash. Ob das was hilft? Keine Ahnung. Äh... ...bäh... ...äh... ...äh... ...neee... ...härfen die Dinger. Konzentration wäre gar nicht mal schlecht. Wie hoch komme ich mit 50er-Konzentration? Weil auf eine super Konzentration komme ich noch nicht. ...ah... 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 ...muss mal gucken. Das ist die Frage, die Frage, alle Fragen... ...ah... 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 ...nerven auch nicht... ...gehen... ...wenn das nicht ein 4 war. ...ahhh... ...ah... ...ah... Checker ist Level 30. Acht Punkte. Ah, okay. Ah, weiß er. Die Hades-Sensor. Die Hades-Sensor. Okay. Das heißt, es wird ein komplettes Hades-Set geben. Interessant. Dass die Elster nicht uns in dem Moment hilft, wird uns nachher wieder beleben und uns abziehen. Oh, warte mal, was war das gerade? Oh, geil. Bleib wach. Dankeschön. Das ist ja auch nicht funktioniert. Die Dinger sind zu nervig. Das macht aber viel Schaden. Macht einen guten Schaden, muss ich sagen. Kostet auch nur 3. Oh, Flash 34. Weiß nicht. Okay, die letzten Punkte. Nächster kommt, dass das letzte 100 kommt und dann das Fündchen Wahrheit kommt. Das machen wir mal auf altmodisch. So. Ja, das reicht. Komm, gib mir deinen Schatz zum Arsch. Hör damit. Ne, warte mal. Flash konzentrieren. Probieren wir die Hardestinse bei ihm aus. Schwächen wir gleich. Und wir machen eine Mega-Stärkung. Da haben wir es nämlich, die geht noch zu guten Schaden. Das gleiche nochmal konzentrieren. Hardestinse. Schwächung. Stärkung. Konzentration. Hardestinse. Schwächung. Stärkung. Okay. Alter, du Wechser. Hm. Situation. Ah, das sind sie definitiv. Kleiner, du Wechser. Ach. Weil sie mich rollen... Oh, du Arsch. Warum macht die denn auf einmal so viel? Den Konzertun kann, die kann mich mal am Arsch lecken. Alter, geh ich sterben oder so? Der hat nicht full life. Boah, friss einfach. So und jetzt, da er die Konzentration eingeholt hat, werde ich mal die Starken ausholen. Weil jetzt ist die Abwehr noch bei dem richtig gering. Ich hoffe mal, dass ich da noch ein bisschen an Punkten rausholen kann, weil das können die ab. So und jetzt kommt das nächste Team. Damit ich diesen Angriff überwinden kann. Na gut. Okay, das Team ist platt. Ah, das Sensor. Clear. Rolls. Vielleicht das am besten. Konzentration. Sollte ich eigentlich überleben. Bumm, ne, gehen. Schub, Energie, schub. Machen wir so. aspett. Hm. Ja.